Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Motorola gab bei der Präsentation des Moto G an, dass viel zu viele Menschen noch immer kein Smartphone nutzen, da sie einfach nicht bereit sind, die teils viel zu hohen Preise zu bezahlen. Preiswerte Smartphones basieren aber oft auf veralterter Technik, sind schlecht verarbeitet und lassen auch performanstechnisch zu wünschen übrig. Das Moto G soll genau diese Problematik beseitigen. Für 169 bzw. 199 Euro soll man ein qualitatives Smartphone mit aktueller Ausstattung bekommen, bei dem man fast keine Abstriche machen muss. Inwiefern dieses Werbeversprechen auch in der Realität zutrifft, wollen wir in diesem Review klären. Viel Spaß beim Zuschauen, los geht's! Das Moto G gehört zweifelsohne zu den handlichsten Android-Smartphones auf dem Markt. Mit 129,9 x 65,9 mm ist es weder zu groß noch zu klein und lässt sich problemlos einhändig bedienen. An der dicksten Stelle misst es etwa 11,6 mm, da Motorola hier aber auf ein geschwungenes Design setzt, ist es an der dünnsten Stelle nur etwa 6 mm. Das Moto G wiegt 143 Gramm und ist damit etwas schwerer als einige Konkurrenzprodukte. Das hat mich in diesem Fall aber überhaupt nicht gestört. Durch dieses geschwungene und ergonomische Design liegt es wirklich sehr gut in der Hand. Wir finden auf der Vorderseite ein 4,5 Zoll großes IPS-Display. Das löst mit HD also 1280 x 720 Pixel bei 329 Pixel per Inch auf. Geschützt wird das Ganze vom Corning Gorilla Glass. Ansonsten finden wir auf der Vorderseite die 1,3 Megapixel Frontkamera und eine Benachrichtigungs-LED, natürlich die Hörmuschel sowie keinerlei physische oder touchsensitive Tasten, denn das Moto G setzt auf Onscreen-Tasten. Die linke Seite des Motorola Moto G ist absolut blank gehalten. Auf der Unterseite finden wir den Micro-USB-Anschluss sowie ein erstes Mikrofon. Auf der rechten Seite dann die lauter leise Wippe und den Power-Button. Der Druckpunkt beider Tasten ist wirklich gut, leider wackeln die beiden für meinen Geschmack etwas zu sehr, das hat mir nicht so gut gefallen. Auf der Oberseite finden wir dann noch den 3,5 mm Klinkenanschluss sowie ein weiteres Mikrofon. Die Rückseite des Moto G besteht aus leicht gummiertem Kunststoff, ab Werk kommt es in der Farbe schwarz immer. Ihr könnt aber zusätzlich sogenannte Motorola-Shells, also farbige Wechselcover oder Flip-Shells, die dann das gesamte Gerät schützen, erwerben. Das Gerät liegt durch die Materialweise super in der Hand, die schwarze Version zieht trotz mattem Finish aber nahezu magisch Fingerabdrücke an, das ist leider nicht so toll. Wir finden auf der Rückseite eine 5 Megapixel Hauptkamera mit einer Foto-LED und das Schöne ist natürlich die Tatsache, dass die Rückseite abnehmend ist. Mit frisch geschnittenen Fingernägeln ist das Ganze ziemlich schwer und umständlich, das habe ich ja im Unboxing schon erwähnt. Mit der Zeit wird es aber einfacher und man gewöhnt sich eigentlich relativ schnell dran. Wir sehen dann hier den 2070 mAh starken fest verbauten Akku sowie den Einschub für eine Mikro-SIM-Karte. Außerdem habt ihr hier die Wahl zwischen 8 oder 16 GB an internem Speicher, der leider in beiden Fällen nicht erweiterbar ist. Das Motorola Moto G ist ordentlich verarbeitet, nur die wackelnden Tasten stören den Gesamteindruck etwas. Durch die handlichen Maße und das ergonomische Design liegt es wirklich hervorragend in der Hand und lässt sich problemlos einhändig bedienen. Das Moto G kommt ab Werk mit Android 4.3 Jelly Bean, allerdings verspricht Motorola, dass dieses Gerät zeitnah auch auf 4.4 KitKat geupdatet wird. Wir haben als SoC den Qualcomm Snapdragon 400, eine Quad-CPU mit 1,2 GHz je Kern, außerdem 1 GB Arbeitsspeicher und leider kein LTE, sondern lediglich HSPA Plus mit maximal 21 MBit die Sekunde im Download. Wir beginnen unsere Tour natürlich wie immer direkt auf dem Lockscreen und dann sehen wir hier schon, dass wir eigentlich wirklich direkt Vanilla Android haben. Wir können unser Gerät entsperren, indem wir dieses Schloss hier nehmen und es auf irgendeinen beliebigen Punkt auf dem Kreis ziehen, einfach loslassen und schon landet ihr direkt auf dem Homescreen. Das ist aber noch nicht alles, ich habe hier natürlich die Möglichkeit direkt in Google Now zu entsperren bzw. kann auch direkt zur Kamera entsperren. Dafür ziehe ich hier einfach einmal nach unten, wische einmal zur rechten Seite und schon lande ich hier direkt in der Kamera Applikation oder aber ich lege mir sogenannte Widgets auf meinen Lockscreen. Einfach einmal nach unten ziehen, zur Seite swipen, auf das Plus hier klicken und dann kann man irgendein beliebiges Widget auswählen, so zum Beispiel das Gmail Widget, Google Now und so weiter und so fort. Wenn wir das Gerät dann entsperrt haben, landen wir natürlich auf dem Homescreen. Hier bewegen wir uns wie immer über eine solche Wischgiste und ich denke, ihr seht ganz gut. Das funktioniert hier wirklich sehr schön flüssig und ohne großartige Ruckler. Wir gehen mal in den App-Draw. Auch hier bewegen wir uns wieder über die bekannte Wischgiste und egal, ob wir hier durch die Apps oder durch die Widgets durchscrollen, das funktioniert in beiden Fällen absolut flüssig. Ich erwähne das recht gern, denn gerade bei einem Smartphone für diese Preisklasse ist das nicht selbstverständlich und selbst höherpreisigere Smartphones haben da des Öfteren Probleme. Ja, der Taskmanager ist natürlich ganz klar im Stil vom Vanilla Android gehalten, ist ja relativ logisch. Ihr seht hier unten eure Onscreen-Tasten für Zurück, für Home und für Multitasking. Außerdem wollen wir uns hier jetzt noch die Benachrichtigungsleiste etwas genauer anschauen. Ich kann hier nämlich einmal herunterziehen, sehe dann meine verpassten Mails, Anrufe und so weiter und so fort. Oder aber ich ziehe mit zwei Fingern nach unten und gelange dann eben zu diesem Menü mit den ganzen Shortcuts, wo ich zum Beispiel meine Netzbetreiber sehe, direkt zu den WLAN-Einstellungen komme, den Flugmodus ein- und ausschalten kann und so weiter. Hier kann ich natürlich auch direkt die Displayhelligkeit justieren. Das ist relativ gut gelöst. Wenn ich mein Gerät personalisieren möchte, suche ich mir hier einen freien Platz, halte das Ganze etwas länger fest. Es erscheint dieses Kontextmenü und ich kann hier zum Beispiel den Hintergrund verändern, ich kann Live-Hintergründe einstellen und so weiter und so fort. Wenn ich zum Beispiel ein Widget auf meinem Homescreen platzieren möchte, suche ich mir hier im Widget-Draw irgendeins aus, halte das etwas länger fest, gehe wechsel hier rüber und lasse es zum Beispiel auf diesem freien Homescreen hier los. Ich kann dann zum Beispiel hier ein Album auswählen, zum Beispiel die Testbilder und schon wird das Ganze hier dargestellt. Wir befinden uns im Browser, ab Werk ist das natürlich der Chrome-Browser und ich kann euch eins sagen, die Seiten werden wirklich angenehm schnell geladen und auch die Performance ist wirklich ordentlich. Ich denke, jetzt sieht das ganz gut. Es gibt, wenn ich hier durchscrolle, keine großartigen Ruckler. Das Einzige, was auffällt, die Bilder brauchen teilweise etwas, bis sie nachladen, aber ich denke, bei dem Preispunkt vom Moto G ist das wirklich zu verschmerzen. Auch Pinch-to-Zoom funktioniert relativ flüssig, nicht ganz so flüssig wie etwa bei einem Nexus 5 oder einem iPhone 5S, aber ich denke, das sollte man auch definitiv nicht vergleichen. Was ich damit sagen will, ist die Surf-Performance, die Browser-Performance ist wirklich absolut genial für diesen Preis. Was hier auch auffällt, die Darstellung ist wirklich gestochen scharf, der Text wirkt hier wirklich nahezu wie gedruckt. Da braucht es definitiv kein Full-HD-Display. Wenn man nicht unbedingt ein Gerät mit Full-HD-Display daneben hält, dann sieht man den Unterschied auch überhaupt nicht. Ich möchte damit also sagen, die 720p reichen definitiv aus. Was hier auch auffällt, ist der wirklich geniale Weiswert des Motorola Moto G. Das habe ich so gut bei noch keinem Smartphone in diesem Preisbereich gesehen. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass andere Flaggschiffe von anderen Herstellern, die deutlich mehr kosten, keinen so guten Weiswert wie dieses Motorola Moto G haben, spricht wirklich für das Panel. Das scheint sehr, sehr hochwertig zu sein. Nun wollen wir uns das Display des Moto G natürlich noch etwas detaillierter anschauen. Und was ich hier gleich schon sagen muss, mir ist es unbegreiflich, wie man in einem Smartphone für 169 Euro ein solch geniales Panel verbauen kann. In Sachen Farbechtheit ist das wirklich sehr, 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 sehr gut. Das bekommt ihr bei einem iPhone 5S auch fast nicht besser. Oder bei einem HTC One kann man jetzt alle die Smartphones nennen, die wirklich ein gutes Display haben. Wie gesagt, Farbechtheit top. Auch die Kontrastwerte gefallen mir hier sehr, sehr gut. Ich habe ja schon erwähnt, der Weiswert ist richtig gut und auch der Schwarzwert ist für so ein solches IPS-Display wirklich ordentlich. Weiter geht es mit der Helligkeit. Das war der nächste Punkt, bei dem ich absolut beeindruckt war. Es ist nicht das hälste Display auf dem Markt, aber für ein Smartphone dieser Preisklasse ist die Helligkeit auf einem absoluten Topwert. Ich hatte draußen nie Probleme, alles abzulesen. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Die Blickwinkelstabilität ist IPS-typisch natürlich wirklich sehr, sehr gut. Aber gerade bei Einsteiger-Smartphones ist das eben nicht selbstverständlich. Da hat man meist gar kein IPS-Display und wenn man eins hat, dann ist die Blickwinkelstabilität trotzdem nicht so gut wie beim Moto G. Es lässt sich hier also festhalten, das Panel des Motorola Moto G ist wirklich absolut genial, sehr, sehr hochwertig und insgesamt weiß das Display einfach zu überzeugen. Auch das Moto G kommt natürlich wieder mit Google Play Music. Das heißt, das Interface brauche ich eigentlich nicht großartig zu erklären. Das ist genauso wie beim Nexus 5 und eben bei jedem anderen Android-Smartphones, bei dem ihr euch diese App herunterladet. Das ist ja mittlerweile problemlos möglich. Was mir aber wirklich gut gefallen hat und was mich auch wieder überrascht hat, ist die Soundqualität des Moto G. Die ist keineswegs schlecht. Ähnliches gilt auch für den Lautsprecher. Der ist extrem laut, das hätte ich so definitiv nicht erwartet. Bei voller Lautstärke klingt er dann teilweise ganz, ganz leicht blechern. Aber das ist jetzt wirklich Kritik auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Insgesamt kann man sagen, der Lautsprecher ist wirklich ordentlich und hat mich sehr positiv überrascht. Weiter geht es in der Kamera-Applikation und da muss ich Motorola eigentlich schon wieder das nächste Lob aussprechen. Denn die ist meiner Meinung nach deutlich intuitiver als die Stock-Kamera-App beim Vanilla Android, wie wir das zum Beispiel beim Nexus 5 gesehen haben. Das System ist eigentlich ganz einfach. Wir haben hier die Möglichkeit zur Frontkamera zu switchen und können direkt ein Video starten. Wenn wir ein Bild aufnehmen wollen, klicken wir hier einfach einmal drauf und schon wird das Bild geschossen. Wenn wir jetzt zu unserem Menü kommen wollen, gibt es eine Möglichkeit. Wir ziehen hier das Ganze einfach zur Seite und sehen dann hier diesen Ring. Da können wir links oben den HDR-Modus aktivieren. Darunter können wir den Blitz einstellen. Hier können wir dann den Touch-Fokus einstellen. Das System dahinter ist eigentlich auch relativ einfach. Ihr zieht dieses Rad einfach hin und her, dahin, wo ihr eben fokussieren wollt. Sollte klar sein, wir gehen wieder zur Seite und deaktivieren das Ganze. Es gibt einen Slow-Modus, es gibt natürlich einen Panorama-Bild-Modus Orte. Ihr könnt hier das Format einstellen, also von 16 zu 9 zu 4 zu 3 und hier links unten könnt ihr dann sogar den Auslöseton der Kamera ein- und ausschalten. Ziemlich praktisch. Wenn ihr dann zu den Bildern gelangen wollt, die ihr mit der Kamera aufgenommen habt, könnt ihr natürlich direkt die Galerie-App starten oder aber hier von der Foto-App einfach einmal zur Seite ziehen. Schon landet ihr direkt in der Galerie und seht alle Bilder, die ihr mit dem Moto G so aufgenommen habt. Die Bildqualität des Moto G bei guten Lichtbedingungen ist wirklich ordentlich. Die Bilder werden ausreichend scharf, aber etwas zu blass, aber insgesamt gehen sie wirklich in Ordnung. Im Low-Light-Bereich kann man das Moto G leider wie in allzu alle Smartphones in dieser Preisklasse kaum gebrauchen. Die Bilder werden sehr schnell zu dunkel und zu verrauscht. Hier kann es natürlich nicht mit aktuellen Flaggschiffen mithalten, aber das muss es auch gar nicht. Die Sprachqualität würde ich als durchschnittlich einstufen. Ich konnte den Gesprächspartner immer klar und deutlich verstehen. Ähnliches bestätigte mir auch der Gegenüber. Teilweise klang mein Gegenüber aber etwas zu blechern. Das könnte besser sein. Nun kommen wir zur Akkulaufzeit und das ist ein weiterer positiver Punkt, der mich wirklich überrascht hat. Ich kam mit dem Moto G locker durch den Tag. Eineinhalb Tage waren auch mal drin und das ist in Anbetracht des Akkus, den wir hier haben, wirklich ziemlich ordentlich. Für die meisten sollten sogar eineinhalb bis zwei Tage kein Problem sein. Da kann man Motorola wirklich nur einen Lob aussprechen. Was mir außerdem gut gefallen hat, ist die vorinstallierte Assist-App. Sie sorgt dafür, dass man ungestört bleibt, wenn man gerade schläft oder in einer Besprechung ist. Wenn man beispielsweise ein Meeting im Kalender gespeichert hat, schaltet sich das Moto G zu dieser Zeit automatisch stumm. Man kann aber auch festlegen, dass der Anruf, sobald man mindestens zweimal von der gleichen Nummer angerufen wurde, trotzdem durchgelassen wird. Weil es wichtig sein könnte. Außerdem kann man automatisch Antworten aktivieren. Dadurch wird dann eine Textnachricht an den Anrufer gesendet, vorausgesetzt, er ist in eurem Favoriten gespeichert. Zu guter Letzt kommen wir nun wie immer zu einem kurzen Fazit und beginnen mit den Punkten, die für das Motorola Moto G sprechen. Und das sind wirklich einige. Wir hätten hier zum Beispiel die wirklich ordentliche Verarbeitung und das ergonomische Design. Das Gerät liegt super in der Hand, fühlt sich überhaupt nicht günstig oder billig an. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Wir haben hier außerdem ein sehr helles, ein sehr scharfes und farbechtes Display, das es in dieser Preisklasse so noch überhaupt nicht gab und wirklich ganz, ganz oben mitspielt. Außerdem haben wir eine überzeugende Performance und eine wirklich schlanke UI. Was meine ich damit? Wir haben hier ja natürlich Vanilla Android. Dadurch läuft das Ganze sehr schön flüssig und macht einfach nur Spaß. Ihr habt hier außerdem ein garantiertes Update auf Android 4.4 Jelly Bean. Das ist ja heutzutage auch sehr, sehr wichtig. Mir fällt jetzt hier aus dem Stehgreif kein anderes Einsteiger-Smartphone ein, bei dem das wirklich garantiert wird. Insofern ist das definitiv ein guter Pluspunkt. Und last but not least natürlich der Preis. Also 169 Euro für 8 GB und 199 Euro für 16 GB ist einfach unschlagbar. Es gibt aber auch hier wieder ein paar Kontrapunkte, so zum Beispiel der nicht erweiterbare Speicher. Es gibt 8 oder 16 GB. Bei 8 GB kann das natürlich dann schon zum Problem werden. Wenn ihr das ein oder andere aufwendige Spiel installieren wollt, dann wird das relativ knapp. Außerdem ist der Akku leider fest verbaut und die lauter Leiserwebe und der Power-Button erwackelten leicht. Das hat mir auch nicht so gut gefallen. Abschließend lässt sich sagen, im Preisbereich bis 200 Euro, ja ich würde sogar sagen bis 250 Euro, ist das Moto G mit Abstand das beste Smartphone momentan auf dem Markt. Man hat hier wirklich das Gefühl, ein Handy zu haben, das 350 bis 400 Euro und nicht 169 Euro kostet. Was Motorola hier auf die Beine gestellt hat, ist wirklich absolut beeindruckend. Ich freue mich schon auf weitere Produkte und kann das Moto G eigentlich bedenkenlos weiterempfehlen. Leute, das war auch schon wieder das Review des Motorola Moto G. Ich hoffe natürlich, wie immer, ich konnte dem einen oder anderen bei der Kaufentscheidung behilflich sein. Das Video hat euch gefallen. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage in diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.